So, in diesem Video will ich dir mal ganz kurz zeigen, was eigentlich dieses Mark-Kit zu bedeuten hat. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, hast du mal in anderen Videos gesehen, hey, die machen da nur so Mark-Denken, was ist denn das überhaupt? Und zwar, das sind einfach nur Kommentare und was machen die eigentlich? Wenn du jetzt hier mal oben auf dieses Feld drückst, dann siehst du nämlich etwas. Hier stehen jetzt diese ganzen Methoden, hier wegen diesem M, was ich halt in diesem Kontrollen, dieser Datei eben habe. Und hier steht jetzt Views, Lifecycle, Methoden oder Actions. Ich drücke da mal drauf, zack, dann springt er automatisch, aha, zu diesem Mark, also zu diesem Kommentar. Und genau das machen diese Mark-Methoden, die sorgen einfach dafür, dass das Ganze ein bisschen strukturierter ist. Wenn ich jetzt hier auf Methoden drücke, dann kann ich direkt hier oben hinspringen. Das ist mal ganz von Vorteil, wenn man später Dateien hat, wo man viele von diesen Methoden hat oder eine ganze Menge Zeug einfach, dann kann man mit diesen Mark-Methoden das Ganze ein bisschen flexibler gestalten. Ja, und das war es eigentlich auch schon zu den Mark-Methoden, zu diesen Mark-Kommentaren. So war das. isfrechen Sie. So war das. So war das. Untertitelung des ZDF, 2020